Was ist für dich ein guter Orgasmus? Naja, dass man nicht sofort kommt, aber auch nicht gar nicht. Machen wir jetzt doch eine Gruppenreise? Du, ich und Judith. Hey, jetzt kommt! Strand oder Berge? Strand. Ich will Ihnen nur ein paar Dinge erzählen, und dann sagen Sie, dass Sie nicht mehr sind. Tschau! Wollen wir hier ein bisschen die Kultur genießen wollen? Puh, hallo, Ruckel! Bier lang! Um es noch ein letztes Mal zu sagen, ich bin hier, um Vanya zu suchen. Ich bin noch verabredet. Ich bin auch ziemlich bescheuert da, ne? Ich will nur seinen schönen Körper und sonst nichts. Das hast du ihm gesagt. Ich will nie so eine Beziehung führen wie meine Mutter. Du bist echt ein komischer Typ. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Er fickt mit dir. Dafür treibst du Geld für ihn auf. Oh, oh, oh. Das nennt sich Sextourismus. Do you want to taste it? Ah, no, no, no. I say no. Ja? Phrase? Scheiße. Weiß mal, was willst du eigentlich? Willst du, dass ich mit dir schlafe? Ist es das, was du willst? Wen muss Ignacio treffen? Wegen der Hochzeit, damit das noch klappt. Was für eine Hochzeit? Ja, von Judith und Ignacio. Nee. Spann dich mal. Ich brauche jetzt auch nicht jedes Mal das große Drama, aber die Möglichkeit, dass es kommen könnte. Was denn? Ich will zweiter Tag hier immer noch keinen Sex. Warum fuchtel dich so hoch, wie eine reiche Europäerin so einem kubanischen Mann die Bedingungen diktiert? Ich glaube, wir sind bald da. Kannst du vielleicht nur meinen Rücken einkriegen? Ja, natürlich. Ich freu Although was. Willst du mich nicht immer wieder umschlussern? Il bleibt nur nie unterheblich.